Corona ist der Brandbeschleuniger, der sowieso vorhandenen Krisen, die sich vor allem aus den Konflikten und aus dem Klimawandel in den letzten Jahren entwickelt haben und schon dazu geführt hat, dass die Zahl der Hungernden weltweit nicht mehr sinkt wie in den 30 Jahren zuvor, sondern startet. Untertitelung des ZDF, 2020